Hallo Leute, vor zwei Monaten hatte ich meinen Arm angebrochen, beziehungsweise die Schulter. Naja, war sehr unangenehm, könnt ihr mir glauben und dementsprechend hatte ich dann weder die körperliche Verfassung noch den Nerv Tutorials aufzunehmen. Aber, ich werde wieder welche aufnehmen. Okay, Spaß beiseite, ich bin 9F204, aber nein, wirklich, ich werde neue Tutorials aufnehmen demnächst. Aber, aber privat noch ein bisschen was, was auch auf der Strecke geblieben ist, weil Arm, Schulter angebrochen, bleiben halt auch ein paar andere Sachen auf der Strecke. Ist halt einfach so, kann man nicht verhindern. Ähm, naja, egal. In diesem Video hier, worum soll es gehen? Es geht auf jeden Fall um mehrere Themen. Das wird in Kapitel sortiert, könnt ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung die Kapitel einlesen. Und, ähm, der Videoplayleiste da unten, äh, im Video, wird das dann auch, ähm, angezeigt, wo die Kapitel starten, etc. pp. Klickt einfach da drauf, was euch interessiert, oder halt guckt am besten alles. Gut, es wird auf jeden Fall neue Tutorials geben. Ähm, was wird es für Tutorials geben? JavaScript. JavaScript geht dann endlich wieder weiter. Yay! Das wird cool, denke ich mal. Wird mega cool. Da werde ich dann wieder mit euch zusammen Plugins schreiben und halt auch die JavaScript Basics wieder weiter durchnehmen. Ähm, und ich werde auf jeden Fall auch noch allgemeine APG Maker MZ und MV Tutorials machen, wie zum Beispiel das Brückendilemma, ähm, als Beispiel. Aber auch Anfänger-Tutorials werde ich weitermachen. Da bin ich nach Tutorial 7 des MZ-Anfänger-Tutorials stehen geblieben. Da werde ich dann das 8. in Angriff nehmen. Auch demnächst. Ähm, und mal gucken, was noch so kommt an Tutorials auf jeden Fall. Ich habe eine lange, 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 lange Liste an Tutorials, die ich abarbeiten möchte. Ähm, vor allem hat sich jetzt nur noch noch mehr angestaut. Ähm, dadurch, dass ich körperlich, ähm, naja, behindert war. Okay, ähm, gut. Passiert. Ist halt so. So, nächstes Thema. Das nächste Thema wäre der Steam Sale. Wuhu! Es gibt einen tollen neuen Steam Sale. Und so könnt ihr die APG Maker etwas billiger abgreifen. Oder auch zum Beispiel den VN Maker. Falls ihr eine Visual Novel machen wollt. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Habe ich auch gekauft, tatsächlich. Und auch schon ausprobiert. Finde ich eigentlich ganz cool, den Visual Novel Maker. Ist aber natürlich sehr speziell. Ähm, falls ihr Interesse habt an Visual Novel Maker Tutorials. Schreibt es unten in die Kommentare. Ähm, würde ich vielleicht welche machen. Mal gucken. Wenn ihr Interesse habt. Wenn nicht, dann nicht. So. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur Tutorials haben, um überhaupt zu sehen. Was ist denn der Visual Novel Maker? Was kann man da überhaupt machen? Dann ist der Steam Sale wahrscheinlich schon vorbei. Aber der nächste steht auf jeden Fall auch vor dem Sale. Vor dem Sale. Ne, nach dem Sale ist vor dem Sale. So. Nach dem Sale ist vor dem Sale. Vor allem auf Steam. So. Ähm, wenn ihr einmal auf Steam seid, dann. Und jetzt hör zu. Wenn ihr da auch von seid, euch die coolen Angebote angucken wollt. Im Sale könnt ihr nämlich auch mal kurz unsere Steam Gruppe reingucken. Ähm. Alle ablehnen bitte. So. Und das ist unsere coole RPG Maker MZ German Steam Gruppe. Wir haben schon 94 Mitglieder. Yay. Fast die 100er Marke geknackt. Ähm. Und das fände ich ziemlich cool, wenn sich noch 6 Mitglieder diese Woche, ähm, finden würden. Wir machen eine kleine Challenge draus. Wenn sich diese Woche 100 Mitglieder, also noch 6 weitere in dieser Gruppe versammeln, dann würde ich ein kleines Gewinnspiel für alle Mitglieder, die bis dahin drin sind. Und für alle zukünftigen Mitglieder, ähm, würde ich ein kleines Gewinnspiel machen, ähm, wo es dann was zu gewinnen gibt. Das würde ich dann verlosen. Steam Gutscheine oder so, ja, ich denke mal ein paar Steam Gutscheine, aber da lasse ich mir noch was einfallen vielleicht. Ich bespreche das auch mal mit Speedy. Speedy ist auf jeden Fall, ähm, Mitglieder. Speedy ist Admin, ich bin nur Moderator, nur in Anführungszeichen, ähm, würde wahrscheinlich eine kleine Verlosung machen für Steam Gutscheine, ähm, wenn wir die Woche noch die 100er Marke knacken. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall machbar, 6 Mitglieder. Link ist in der Videobeschreibung, klickt drauf und werdet Mitglied, beitreten, beitreten. Okay, Spaß beiseite. Ähm, nächstes Thema, Valomat. Ich möchte, ähm, den Valomaten let's playen. Was ist der Valomat? Ähm, hm, lest euch das am besten mal selber durch. Ich möchte ja nicht in 3 Stunden, oh, cool, neuer GeForce-Treiber verfügbar, interessiert mich nicht. Ähm, ich möchte da jetzt nicht irgendwie um den heißen Brei reden. Ähm, im Grunde werden es die meisten wissen. Warum möchte ich das tun? Ganz einfach, weil es für mich einfach ein wichtiges Thema ist. Ich will es sowieso machen und dann kann ich es auch gleich streamen, ähm, und mich mit euch austauschen. Ich werde nämlich in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl mitmachen. Ich bin, ähm, nämlich, ähm, ja, ich wohnhaft in Sachsen-Anhalt. Oh, wow! Ähm, und dementsprechend werde ich da mitmachen. Und dann kommt am 12. Mai der Valomat raus. Und ich würde dann das darauf folgende Wochenende, Samstag wahrscheinlich, dann den Valomaten-Let's-Playen, also streamen, live, auf YouTube und darüber reden. Das fände ich ziemlich cool. Ähm, und ich hoffe mal, dass ihr da auch irgendwie Bock drauf habt. Gut. Ähm, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr über den Valomaten denkt und überhaupt über die politische Situation, etc. pp. Ähm, was wichtig ist, schreibt dann kein Mist in den Stream-Chat. Und das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Warnung. Kein Hate, keine Bleidigungen, kein Mist. Es werden Moderatoren anwesend sein und die werden definitiv bei kleineren Vergehen Timeouten oder bei größeren Vergehen von mir aus auch komplett Permabann. Weil das ist mir dann einfach unangenehm, wenn da hier irgendwie Leute beleidigt werden und das machen wir dann definitiv, lassen wir das dann nicht durchgehen. Nein, das muss einfach nicht sein. Auch bei einer politischen Debatte kann man auch zivilisiert miteinander reden. Auch wenn man einer anderen Meinung ist. Ähm, und das gilt für alle. Also das sage ich jetzt an dieser Stelle, das gilt für alle. Also jetzt nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt irgendwie, ja, man könnte ja die CDU, könnte man ja beleidigen oder alle CDU-Wähler beleidigen oder so. So, nein, das ist genauso nicht gestattet wie alle Grün- oder AfD-Wähler oder Linke-Wähler oder SPD-Wähler. Gibt es überhaupt noch SPD-Wähler? Keine Ahnung. War das schon eine Beleidigung gegen SPD? Nee, ich denke nicht. Ähm, nein, Spaß, was heißt das? Das war ein Scherz, okay, das war ein Scherz. Aber nein, ihr dürft niemanden beleidigen. Gut, egal, nächstes Thema. Wir wollen hier nicht lange um heißen Brei reden, das Video wird lange genug. So, nächstes Thema. Denkt bitte, ups, denkt bitte an das Gewinnspiel, beziehungsweise an das Event. Welches derzeit läuft, Link in der Videobeschreibung. Ich werde es jetzt nicht komplett nochmal alles vorlesen, den ganzen Text. Ihr habt auf jeden Fall bis 28. Mai Zeit. Abgabefrist 28. Mai. Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch alles durchlesen. Ihr habt jetzt also quasi genau 4 Wochen Zeit. Die reichen auf jeden Fall noch. Die reichen auf jeden Fall noch. 4 Wochen reichen locker aus, um noch ein Projekt einzureichen, falls ihr noch nicht angefangen habt. Reicht locker aus. Es gibt was zu gewinnen. 6 mal 10 Euro Steam-Guthaben. 6 mal 10 Euro. Okay. Ihr könnt maximal 20 Euro Steam-Guthaben gewinnen. Also, die ganzen Regeln stehen aber hier drin. Die Teilnahmebedingungen etc. könnt ihr auf jeden Fall in den Link in der Videobeschreibung einfach mal draufklicken. Und fertig. Okay. Gut. Das war es mit diesem Video. Ich danke auf jeden Fall allen treuen Abonnenten, die dabei geblieben sind. Obwohl zwei Monate jetzt im Grunde gar nichts von mir kamen. Großartig. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann ja auch nichts dafür. Ich werde mir hier die Schulter nicht mit Absicht brechen. Das macht niemand. Das könnt ihr mir glauben. Niemand wird sich die Schulter mit Absicht brechen. Erst recht nicht, um keine Tutorials hochzuladen. Das wäre richtig psychisch gestört. Da könnte ich auch einfach meinen Kanal löschen. Oder mich einfach nicht mehr einloggen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, auf gut Deutsch. Nein, das macht niemand mit Absicht. Gut. Das war es. Ich sage Tschüss, Silly. Reingehauen. Ihr könnt alle eure Fragen in die Kommentare stellen. Ich werde alle Kommentare durchlesen. Und wahrscheinlich auch beantworten. Mal gucken. Aber durchlesen werde ich auf jeden Fall alle. Und alle, wo es Sinn ergibt, werde ich dann auch beantworten. Silly, das war es.